Liebes Tagebuch, ich versuch's erneut. Eine Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht. Warum kaufe ich mir Tag für Tag Booster? Warum öffne ich Tag für Tag Booster? Warum mache ich das Ganze? Und warum überhaupt Poker? Ja, für dich öffne jetzt das Booster und schaue dir mehr. Und lasse mich. Ich werd langsam echt sauer. Nix ist mit Liebes Tagebuch. Nix ist mit Liebes Tagebuch. Nix ist damit. Erste jetzt das Booster. Okay. Ich glaube allmählich komm ich zu einer Antwort. Für dich. Keiner nicht. Esste das Booster jetzt. Also da steht drauf. Für dich. Keiner will wissen was hinten raussteckt. Esst mich jetzt das Booster. Na? Tu nicht so. Es klinge erst nicht aus. Erst, erst, erst. Aber ich hab nur eine Hand. Und Spoiler nicht. Das ist Unreif. Das ist Unreif. Und Spoiler nicht. Das ist Unreif. Staralili. Gladiantri. Dratini. Felino. Sneebel. Psiana. Reverse. Nicht Rea. Und ein Sneebuna. Als Rea. Aquana. Owei. Und Ninovino. Ja. Das war's. Lieben Freunde. Und äh. Fick es. Fick das. Nix. Lieben Freunde. Nix. Es. Mit. Lieben Freunde. Booster kaufen. Booster öffnen. Verstanden? Okay. Bis morgen.